Ich bin Maik Moring, geboren und aufgewachsen im schönen Thüringen. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Dieser Ruf hat uns den Weg bis hin zur deutschen Wiedervereinigung geebnet. Heute ist unser Land im Inneren zerrissen, weil es ist unsere Aufgabe als Volkspartei zu verstehen und zuzuhören und für unsere Demokratie zu streiten. Wir müssen wieder lernen, miteinander zu diskutieren und unsere Mitglieder besser an den Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. Politik mit klarer und verständlicher Sprache zu erklären, unsere eigenen Strukturen zu sichern und uns zu vertrauen. Nicht mit Wehmut zurück, sondern mit Optimismus in die Zukunft. Mein Name ist Maik Moring und ich bitte Sie um Ihre Stimme.